Vielleicht bin ich ja ein wirklicher Arsch, wenn ich so mit meiner Community umgehe. Ich entschuldige mich somit schon mal bei allen, die das so empfinden. Vielleicht muss ich aber auch einfach dieser Arsch sein, bevor es ja komplett eskaliert. Es geht hier um nichts anderes als das Grüßen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde von Nachrichten überflutet, indem ich fragen, Hey lieber DJI Swalls, ich mag deine Videos voll, kannst du mich in deinem nächsten Video bitte grüßen? Aber jetzt überleg mal, was passieren könnte, wenn ich das mache. Klar, die eine Person freut sich, was auch schön ist, aber viele andere sehen, dass sich Leute in den Videos grüße und wollen vielleicht auch gegrüßt werden. Mein Postfach explodiert. Was kann ich machen? Noch ein größerer Arsch werden, indem ich allen sage, das geht nicht oder nur noch Grußvideos veröffentlichen. Das wäre doch langweilig. Ich schlage folgendes vor. Alle Follower, die gern mal in dem Video gegrüßt werden wollen, melden sich mal in den Comments. Bis Ende April suche ich mir random einen Comment aus, den ich grüßen werde. Wen ich heute schon grüßen darf, ist der liebe Dustin Wendt. Er ist bisher mein erstes Platin-Kanal-Mitglied bei YouTube und ein echt spendabler Ehrenmann, was den Traumladen 2025 angeht. Danke mein Lieber und ich grüße hier auch einfach mal die ganze DJI Swalls Community.